Liebe Maus, als ich auf die Welt gekommen bin, warst du schon längst in meinem Leben da und du hast mir gezeigt, dass es eigentlich möglich ist, jede Frage zu stellen. Ich finde es so toll, dass du das machst, was wir eigentlich alle machen sollten. Du machst den Horizont einfach weit. Du zeigst, was es sonst noch so auf der Welt gibt und inspirierst ganz viele andere Menschen. Und das finde ich super. Ich war mal bei einer Veranstaltung mit ganz vielen jungen Forscherinnen und Forschern und die haben mir alle gesagt, ich bin nur hier, weil ich immer die Sendung mit der Maus geguckt habe. Das fand ich sehr herzerwärmend und toll. Inspirierend sollst du bleiben, auch für mindestens die nächsten 50 Jahre. Happy Birthday, liebe Maus!